ja moin meine lieben freunde hier ist euer mo von goldfield gaming und heute spielen wir ein ja ein kleines spielchen ich habe gedacht ich fange jetzt mal an über dieses spiel eine videoreihe zu starten wir sind übrigens mittlerweile zwei admins also zwei inhaber dieses youtube accounts würden uns aber freuen wenn bei uns noch eine dritte person mitmachen würde die gut mit schneiden klar kommt ohne wasserzeichen dies das mit die uns eine facecam indie games einbauen kann gut und so und ja wenn ihr da bock drauf habt dann meldet euch am besten mal unter der e mail die unter dem video verlinkt sein wird verlinkt sein wird alles klar schreibt diese e mail einfach mal an darauf da werdet ihr einen von uns beiden treffen also einer von uns beiden wird antworten daraufhin starten wir einfach mal motor world so heißt das gute spiel in der blech starten wir mal so würde ich was genau falls jetzt noch nach download kommen sollte dann würde ich das gleich einmal postieren aber ich glaube dass da nichts kommen wird und es kommt nichts willkommen beim motor world dein ziel ist es der beste autobauer und welt zu werden ok und welt ich glaube da sollte der welt heißen alles klar lass uns dein erstes auto bauen tippe den mode der montageplatz und er oder den grünen pfeil an um ein modell auszuwählen ok wählen wir mal ein modell coupé bandy oder bandy waggon wir nehmen das coupé ok sehr gute wahl lass uns jetzt seine angestellten an die arbeit schicken tippe den montageplatz an ok ok oh scheiße jetzt habe ich das erst weg gedrückt setzte den bau fort bis es auf dem montag was montage band weitergeleitet wird tps noch einmal an um das nächste teil anzubauen ok noch mal an tippe noch mal an tippe ich bin traurig hast du auch keine ahnung ich konnte dich mehr genug lesen oh scheiße lass uns erst mal dieses hier fertig stellen zeit den rahmen anzubringen ok gibt gas umsonst ne 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 wir geben noch nichts aus wir sparen den scheiß für das fertigstellen jedes teils eine gewisse anzahl arbeitspunkte nötig ok weiter wenn der bau eines teils zu lange dauert kann kannst du es beschleunigen kannst du beschleunigen nutzen jetzt lass uns dieses auto fertig bauen damit wir es in den autos verkaufen können ok dann bauen wir das mal fertig das ding da nochmal an dem na da fehlt noch was die tür und das dach genau und jetzt sagt die türen an was sind wir keine türen drauf jetzt und jetzt noch die reifen die reifen werde angebracht jetzt muss es gleich fertig sein normalerweise ich weiß ja nicht was und ja es ist fertig und lackieren doch lackieren bevor wir ein auto den kunden anbieten können müssen wir einen qualitätscheck durchführen ok die qualität beeinflusst ein image und hat einen direkten einfluss auf sein profit den du pro auto machen kannst ok und ticken wir mal darauf analyse mangelhaft was eine 5 aber schlecht so du hast ein neues auto freigeschaltet in deiner sammlungsbaum ok weiter wenn du eine reihe des sammlungsbaums vervollständig hast er ist eine sehr coole belohnung ok du kannst dir die details zu jedem auto ansehen indem du es antippst lass es uns gleich versuchen antippen dies ist deine autodetailseite jedes auto hat seinen eigenen einzigartigen merkmale ok wenn du erst einmal ein modell dieses autos gebaut hast kannst du es verbessern um mehr profit zu machen ok verbessern direkt mal haben über 15 haben wir nicht ok so dann vergiss nicht wenn du der beste autobauer alle zeiten werden willst musst du alles klar hey es gibt tolle neuigkeiten ein kunde möchte dein erstes auto kaufen geil es ist was alles was du tun musst ist das auto anzutippen und das geschäft zu und das geschäft ist besiegelt aber ich bin level 2 meine lieben freunde melde ich mich für facebook an nein noch nicht so 18 h als 15 xp nice nice glückwunsch jetzt kannst du auch das menü die was auf das menü aktion zugreifen alles klar probier es aus so ein heftiger pickup den wollen wir doch gleich mal bauen den suv also ich denke mal dass meine videos übrigens so seit ihrer 15 minuten gehen werden erstmal wenn euch das nicht genug sein wird wir lesen jetzt nicht mal die ganzen sprechblasen durch habe ich keine lust zu oder wenn ich diese sprechblasen durch lesen soll dann sagt es einfach in den dings in den kommentaren da habe ich aber monet gekriegt der kostet 900 heftiger scheiß so das sind meine arbeiters ja kommt braucht nicht so lange wenn ihr unsere credit sparen deswegen müsst ihr schneller arbeiten so jetzt geht es gleich weiter das ganze dauert viel was wie oh guck mal ein angestellter ist der chef du musst etwas tun ok ach ich muss die mit donuts für dann gibt gas da mach einfach mal gibt gas weil das ist dauert sonst zu lange aber die ersten teile jetzt ach 12 sekunden das kann wir noch warten doch das sieht doch gut aus so nicht wundert warum meine videos noch nicht geschnitten sind dafür will ich ja also habe ich ja gefragt ob einer von euch bock hat mir und meinem kollegen zu helfen jetzt laber mich nicht voll oder laber keinen müll für dann für dann für dann für dann ok weiter weiter meine fresse ok holer ein gegenstand ja schön so nervt mich jetzt nicht so jetzt aber heute mal weiter das video geht schon 8 minuten 40 heftig hätte ich nicht gedacht meine liebe freunde ach ja und wenn ihr noch irgendwelche anderen sachen habt so die ihr denkt dass ich das besser machen könnte zum beispiel irgendwie mehr reden oder mehr auf die spiele eingehen wenn ihr irgendwas bestimmtes wollte oder irgendwie spiele die ich testen soll dann müsst ihr das auch sagen würde mich auf jeden fall über euer feedback freuen ja ich sag es jetzt schon mal am ende werde ich es auch nochmal sagen lasst am besten ein like da auf dem video lasst ein abo da ja so wie wenn man sagt support ist kein wort ne meine lieben freunde und da habe ich gleich nochmal moneten gekriegt moneten moneten das ist immer gut das ist immer gut oh jetzt kommen die reifen oh mein gott heftig wie lange diese sachen einfach mal gebrauchen für das auto wo ich jetzt schon braucht der jetzt schon richtig lange ach ja bitte schneller jetzt für dann oder bin ich level 3 meine lieben freunde überspringen ich will mich noch nicht mit facebook anwenden und da ist die karre auch fertig jetzt wäre sie nur noch lackiert aber da drücke ich mal gibt gas soweit sonst würde das zu lange dauern und jetzt kann die gute karre ihren komischen qualitätscheck machen und es ist ein mangelhaft mal wieder zwei gegenstände noch ein gegenstand so der ist heftig so sammlung ansehen ja heftig nicer kram auf jeden fall ok wollen wir mal die zweite karre hier bauen oder ja noch hat es hier keiner gemeldet von kunden oder so dies das selten ist zombie outbreak was das denn alles klar klicken wir nochmal hier drauf was ist das oh wartet aber jetzt muss ich mir noch ein video anschauen ich pausier kurz bis gleich und da bin ich auch schon wieder da und was ist das oh donuts heftig einsame 27 stück heftig meine lieben vorne heftig und jetzt kommen wir wieder ein video an bis gleich und da bin ich wieder da ist die nächste karte und was es ist oha neues auto da oh ja aber Egal, weiter, weiter, weiter. Nein, der nervt mich nicht. Ja. Warte mal. Ich hasse sowas, meine Liebenfreund. Kennt ihr das? Dieses Rumgelade bei Games. Ich pausiere kurz bis gleich. So, meine Liebenfreunde. Da bin ich wieder und ich habe gerade irgendwie aus Versehen auf Weltkarte geklickt und jetzt bin ich auf einmal viel mehr Scheiße. Mehr Angestellte. Oh, kostenlos. Jetzt holen. Auf Facebook teilen, worra. Ich mache kurz auf Pause, bis gleich. So, da bin ich wieder. Hier den Code könnt ihr eingeben. Wäre auf jeden Fall sehr nice, wenn ihr spielt. Äh, confirm. So. Abbrechen. So. Äh. Ich will mein Geschenk haben. Ach, keine Ahnung. Ich verstehe das alles hier nicht. Kostenlos. Ja, ich will mein... Dings jetzt haben. Confirm. Dies ist kein... Ein ungültiger Code. Ach, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Ach, jetzt geht er weg da. Was ist denn das? Jetzt lag das bei mir. Ich habe noch mal auf Pause, meine lieben Freunde. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ja, ich habe es geschafft, voraus zu kommen. Das war ein Müll, meine lieben Freunde. Ich sage es euch. Aber egal. Wir werden jetzt das Auto hier zu Ende bauen. Meine Güte. Das war ja schlimm hier gerade. Und da kommt jetzt komische Gestelle hier. Der Müll. Wir kriegen die Karre auf jeden Fall noch in dem Video zu Ende. Das sage ich euch. So. Das teile ich noch anbauen. So, noch mal 7 Sekunden. Ach, schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Boah, wir sind schon bei 50. Na, egal. Diese 1-2 Sekunden mehr oder weniger. Gar auch nicht. So, wir wollen als noch das Auto zu Ende. Dann verabschiede ich mich von euch. Und dann. So. Ja. Ich fange jetzt schon mal an, mich zu verabschieden. Wir sehen uns dann einfach. Beim nächsten Video. Ich habe in einem anderen Video, was ich heute gemacht habe, also vorhin. Habe ich schon gesagt, das nächste Video kommt Freitag. Ich habe jetzt nur ein Tutorial gemacht. Wie man sich den Banner und so für YouTube machen kann. Über Android, falls man kein PC zur Hand hat. Und, ja. Das werden wir jetzt. Als Let's Play hochladen. Und dann denke ich mal, kommt jeden Freitag auf jeden Fall ein Let's Play noch nach. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn ich das nächste Let's Play starte, würde ich sagen. So, jetzt kann die Karre noch in meinen Verkaufsraum gefahren werden. Und dann... Ja, nervt mich. Oh, warte mal. Da habe ich gerade eine Karre verkauft. Das ist auch immer ein Schein. So, dann werden wir jetzt noch die andere Karre verkaufen und dann... Sehen wir uns wirklich nächsten Freitag wieder. Neues Auto ansehen. Was für ein Auto habe ich jetzt? Was ist das denn? Mini Cooper... Äh... Dings... Äh... So, Ballonung eingesammelt. Und jetzt sammeln wir noch die beiden Karten ein. Die Geheimniskarten... Ach ne, die brauchen wir doch nicht einsammeln, weil es diese Free-Karten sind. Und ich würde sagen, wir... Ich werde hier noch ein paar Minütchen weiterspielen, damit wir wenigstens ein bisschen ansatzweise aus dem Tutorial raus sind, wenn das nächste Mal zocken. Und dann sehen wir uns am Freitag. Ich denke auch mal, das Video wird so gegen... Nicht, wie ich gesagt habe, gegen Abend rauskommen in meinem anderen Video, sondern dann so gegen... Vormittag... Also, von Vormittag werde ich es aufnehmen oder schon einen Tag davor und werde es dann mittags hochladen. Also, Vormittag, Mittag, so dazwischen. Alles klar, haut rein. Bis... Denne! Denne! Untertitelung des ZDF, 2020